So, wir sind wieder zurück. Sorry Leute, aber an einem gewissen Punkt nicht an der lang, wo ich denke, nee Leute, das kann nicht sein. Wieder Pferd gespielt. Hä? Nee. Bei allem Verständnis. Okay. Ich muss von ganz nach oben rüber springen. Oh man. Ohne Scheiß. Das ist over hardcore. Guck mal. Wie oft ich sterben würde und wie oft ich den Weg gehen müsste. Dann werden wir bei 10 folgen. Ich bin das froh, dass ich es über einen Lampolator zocke. Ohne Scheiß. Nein. Nein. Das war gut. Ohne Witz ey. Das ist hard core. Ich bin oben oder? Ohne Witz. Es geht nur in diesem Scheiß-Artefakt hier. So, jetzt spielen wir den Level ganz normal weiter. Ich hatte wohl einfach keine Nerven mehr, ehrlich. Es ist... Symbol des Kriegers. Symbol der Zeit. Warte, 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 warte. Jetzt haben wir, dass ich gerade so wenig quatsche, aber ich bin gerade extrem konzentriert. Ähm. Dann war das hier weiter. Okay. 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 Dahnu. Ah. 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 Okay. Ich kann die Viecher nicht mal sehen. Ohne Flachs. Die sind so abartig nervig. Oh mein Gott. Ich glaube, dann mach ich mal was anderes. Ihr seht, wie ich kaputt bin, oder? Ja, ihr seht es. Ach du Scheiße. Ich höre den Titel irgendwas mit. Äh, warte mal. Warte. So, das ist ähnliches, dachte ich mir gerade schon. Warte mal. Warte mal. So, ja. 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 Ich kann die nicht mehr so langsam nicht mal sehen die viecher Die Bombe ist angegangen weil ich runter gegangen bin oder was Was ist das denn für Bullshit alter Oh ne Scheiße Alles ob ey Was ist das denn für Bullshit 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 Die IP ist echt Hardcore Alter Ich muss schon echt systematisch vorgehen bei dem Spiel Ich muss was trinken Da oben ist das letzte Symbol Oh ja Als ob es nicht genügt hätte Oh nein Oh nein Oh Oh Alter Seid ihr denn krank in der Birne Oh nein Oh Oh All right. Sorry. Ich habe es doch ohne Probleme geschafft. Schnell raus hier. Oh Gott. Fahr von Selkies. Das wird lustig. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich. Da müssen wir hin. Und hier müssen wir nochmal rein. Oh shit. Auf jeden Fall bedanke ich mich. Fürs kräftige Zuschauen. Und ich sag mal. Wir hören uns. Wir sehen uns. Bei der nächsten Folge von X2 mit wieder. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Damit ihr nichts mehr verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschau.